Herzlich willkommen zu diesem neuen Nerd-Video, wo es um Speicherkarten geht und zwar um diese sehr teure Sony TUF CF Express Typ A Karte, die 800 MB pro Sekunde schreiben kann und 700, nein falsch, andersrum, 800 MB pro Sekunde lesen kann und 700 MB pro Sekunde schreiben kann. Nachteil dieser Karten, sie sind unmenschlich teuer. Eine 160 GB Karte kostet derzeit, Stand heute, 327 Euro und da kommt Pergi ins Spiel. Pergi hat nämlich eine neue CF Express Typ A Karte auf den Markt gebracht und sie haben es verdient, dafür einen Applaus abzuräumen, denn es gibt einfach keine bezahlbaren Karten. Und ja, jetzt gibt es bezahlbare, nämlich diese 520 GB Karte, ihr habt gehört, 160 GB bei Sony, kosten 327 Euro. Und diese 520 GB Karte kostet derzeit mit dem Rabattcode unten in meiner Videobeschreibung nur 270 Euro. Ja, die gibt es natürlich in allen Größen, ihr könnt auch eine günstigere kaufen. Ich habe jetzt hier die 512 GB Karte gratis zugeschickt bekommen, deswegen blende ich da oben Werbung ein. Aber es ist keine Werbung, denn wir nehmen die Karten heute mal unter die Lupe und schauen, was sie wirklich können. Und Werbung würde ja immer nur sagen, was das Tollste, Beste und Schönste ist. Und das machen wir nicht, trotzdem schreibe ich es mal hin, weil ich es ja gratis gestellt bekommen habe. Okay, ihr seht also, 520 GB haben aber einen fetten Haken. Und zwar, sie schreiben langsamer. 400 MB pro Sekunde steht da nur drauf und ja, bei der Sony stehen halt einfach mal 700 MB pro Sekunde drauf. An dieser Stelle aber ein kurzer Einschub. Es könnte sein, dass Pergear hier den Videostandard meint. Denn auch dieser ist mit 400 MB pro Sekunde auf der Sony Karte vermerkt. Pergear gibt auf der Webseite an, dass die Karte eine Schreibgeschwindigkeit von angeblichen 900 MB pro Sekunde hat. Wie sich das jetzt hier in der Praxis auswirkt, weiß ich selber noch nicht, denn ich habe es noch nicht getestet und ich nehme euch jetzt live mit auf den Bildschirm. Und wir schießen jetzt eine Minute lang unkomprimierte RAWs von der A7 IV auf die Sony Tough Karte und schauen, was passiert, wie schnell sie schreibt. Wir schauen, wie schnell sie vom PC gelesen werden kann und wir machen das gleiche mit der Pergear Karte. Außerdem hat Pergear nämlich noch ein Lesegerät neu entwickelt. Das gibt es jetzt auch zu kaufen. Ich verlinke euch das auch mal unten rein. Ich hatte mir schon so ein billiges Lesegerät gekauft, aber Nachteil an diesem Lesegerät, ihr seht das, es hat nur einen Schlitz für die Typ A Karten. Ganz im Gegensatz habe ich gesehen hier das neue von Pergear. Finde ich wirklich schick und sieht sehr hochwertig aus, aus Metall gefertigt. Und wir sehen hier unten ist der Schlitz für SD Karten. Und hier haben wir einen Typ A Schlitz. Das heißt, ich nehme dieses schöne Teil mit und habe gleich zwei Karten, die ich lesen kann. Und muss nicht immer wechseln. Angenommen, ich habe einen Laptop, wo das SD Kartenfach kaputt ist oder wo kein SD Kartenfach vorhanden ist. Oder ich habe das am PC hängen und kann ich halt immer beide Karten reinstecken. Muss nicht immer überlegen. Wie auch immer. Ihr könnt ja auch die Kamera anschließen, theoretisch. Also, jetzt starten wir direkt in den Test rein. Was kann die Karte? Wie schnell ist sie? Und bringt das überhaupt was, wenn wir da eine günstigere kaufen? Damit es fair bleibt, stecke ich die Sony Karte, kann ich eigentlich offen lassen, oben rein in das Fach 1. Und dann nehme ich die Pergear Karte und stecke sie auch in das Fach 1, weil sonst könnte wieder irgendjemand behaupten, ja, das zweite Fach schreibt vielleicht langsamer und wie auch immer. Wir machen das heute alles identisch. Schnelle Zeit. Wir ballern mit High Plus unkomprimiertes Raw. Eine Minute lang. Auf die Karte. Und zwar auf die Sony Karte. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, ihr seht, das geht ganz schön rasant. Ich weiß gar nicht, ob die Karte jetzt reicht für eine Minute. Was ihr seht, der Puffer wird extrem schnell wieder weggeschrieben. Wir kriegen, links seht ihr den weißen Anzeigebalken. Wir kriegen hier bei der Sony Karte den Puffer gar nicht so richtig voll. Wir sind bei 20 Sekunden. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Übrigens habe ich den Verschluss ausgestellt und schreibe nur elektronisch, damit ich eben hier den Verschluss schone. Und ja, schauen wir mal, was passiert. Wir haben 34, 35 Sekunden. Und ihr seht, die Karte ist so schnell, dass sie den Puffer, der links mit dem weißen Balken so rumzuckt, immer wieder rausschreiben kann. Also er wird gar nicht voll. Die Karte schreibt so schnell die Daten, dass der Puffer gar nicht voll läuft. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Stopp. Was sehr spannend war, die Sony Tuff Karte ist so schnell, dass sie diese 33 Megapixel unkomprimiertes RAW, ich beende mal die Aufnahme, problemlos wegschreibt. Also der Puffer wird nie voll und sie schreibt weg. Ich habe wirklich diese Karte noch nicht ausprobiert. Vielleicht kann die das auch mit 400 MB pro Sekunde. Ich bin sehr gespannt, ob wir da jetzt irgendwas bemerken. Es ist natürlich nur eine 33 Megapixel Kamera. Viel spannender wäre es natürlich, wie schaut es mit einer 60 Megapixel Kamera aus. Aber unsere Hoffnung ist natürlich, dass sie immerhin besser ist als eine SD-Karte. Eine SD-Karte, ich kann es euch ja auch nochmal hier einblenden, hat ja hier die schnelle UHS-II von Kingston. Macht ja 300 MB. So sieht das gute Stück aus. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Ihr seid jetzt live dabei. So, wie ist die Verarbeitung? Naja, ich muss sagen, macht keinen schlechten Eindruck. Kann natürlich auch täuschen. Und was ja bei der Sony-Tuff-Karte der Fall ist, das darf man halt auch bei dem Preis nicht vergessen. Die Sony-Tuff-Karte, die kann halt vom Panzer überrollt werden. Also in Anführungszeichen. Die ist salzwasserfest, die kann auf dem Meeresboden liegen. Da hat Sony ja auf der Messe schon hinreichend viele Videos gezeigt, was man mit der Karte alles anstellen kann. Und die ist halt wirklich robust. Und Medienproduzenten setzen auf Tuff-Karten, übrigens auch auf SD-Karten, weil die halt unverwüstlich sind. Und dieser Test fehlt uns natürlich hier bei der Paragate-Karte. So ein bisschen, wir wissen nicht, was kann das Gehäuse langzeittechnisch. Wir können heute nur vergleichen, wie schnell schreibt sie, wie schnell liest sie. Damit es fair zugeht, wird auch diese zuerst mal formatiert. Ja, das habe ich nämlich bei der anderen Karte auch gemacht. Und wow, das geht sehr schnell. Für das eine 512er ist, das hat bei der Sony ähnlich lang gedauert. Und wir sehen natürlich jetzt, 6579 Bilder wären da. Unkomprimiertes RAW frei. Da war die 80 GB von Sony da schon ein bisschen kleiner gerade. Gut, also selbe Bedingungen. Wir starten den Timer und ich bin mega gespannt. Auf die Plätze, Fokus sitzt, fertig, los. Und wir ballern auf die Karte und es ist sehr erstaunlich. Bisher sieht es so aus, dass die Paragatear die Daten genauso schnell wegschreibt. Also bei einer 33 Megapixel Kamera, ich halte immer noch hier auf Dauerfeuer, sind bei 20 Sekunden. Es sieht so aus, es sieht sehr gut aus. Und also zumindest bei einer, ich sag mal, 33 Megapixel Kamera, wird das hier weggeballert. Das wäre jetzt halt mal interessant zu sehen, wie sähe das bei der Sony A1 aus. Ich denke, das Fazit kann ich jetzt schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Das wird besser als nichts sein. Definitiv, also wenn ihr sagt, ihr wollt eine 512 GB Typ A Karte, dann denke ich, dass sie vielleicht unterm Strich bei 50 Megapixel unkomprimiertes RAW, 30 Bilder in der Sekunde bei der A1. Jetzt muss ich aufpassen, 58, 59, Stopp. Und ihr seht, das Ding ist fertig. Also habt ihr eine Kamera, die 33 Megapixel hat, scheint das Ding schon mal gar nicht mal so schlecht zu sein. Aber wir gucken uns noch an, wie schnell ziehen wir denn die Daten von der Karte noch runter. Gibt es da wenigstens einen Unterschied? Da brauchen wir dann wieder unsere Stoppuhr. So, jetzt lesen wir mal zuerst die Sony Karte aus. Beweis, hier liegt die Paragia. So muss die Sony drin sein. 362 Bilder haben wir hier auf die Karte geschossen. Ich mache jetzt mal Kopieren. Und würde sie jetzt hier in diesen Ordner schmeißen. Wir starten wieder die Stoppuhr auf die Plätze. Fertig. Los. Ja. Und wir sehen, mit 425 MB pro Sekunde wird das auf den Rechner geschrieben. Ich schreibe auf eine SSD-Karte. Ich habe den schnellsten USB-Port an meinem Rechner genommen. Also keine Ahnung, wer diese 880 MB pro Sekunde schafft. Denn Paragia hat jetzt ja an dem Kartenleser einen USB 3.1 Stecker dran. Und ich weiß nicht, ob es nicht mit einem USB 3.2 vielleicht schneller gegangen wäre. Weil was nützt mir dann eine 880 MB Karte, die zwei 880 MB schreiben könnte. Was wir jetzt nicht prüfen können. Weil wir hier halt im Maximum unsere 425 MB von mir aus eben erreichen. Aber wir gucken mal, wie schnell sie jetzt eben hier bei Sony schreibt. Wie gesagt, Sony gibt ja auch 800 MB an. Aber ich weiß nicht, wer die erreichen soll. Entweder habe ich einen zu langsamen Rechner. Schreibt es mal rein, wenn ihr sowas erreicht. Und Stopp. Witzigerweise exakt die Minute, die wir gebraucht haben, das Ganze aufzunehmen. Das ist echt lustig. Diese Sony-Karte ist jetzt brutal heiß. Das merkt man auch, wenn man hier voll draufballert und holt die raus. Hat das eine Minute lang gemacht, dann werden die sehr, sehr heiß. Und jetzt frage ich euch, die sind mit 800 MB angegeben. Werden aber schon bei einem 400 MB pro Sekunde Download sowas von heiß. Da frage ich mich, wie heiß würden sie denn erst, wenn wir das mit 800 MB machen würden. Die wahrscheinlich eh keiner erreicht. Okay, die Paragia ist eingelegt. Was wir jetzt schon mal konstatieren können. Wir haben dieselbe Anzahl an Bildern. Eins mehr, habe ich vielleicht ein bisschen später losgelassen. Aber bei der A7 IV merke ich keinen Unterschied. Tut mir leid, dass ich jetzt keine A1 testen kann. Da muss ich noch ein bisschen sparen, bis ich die habe, bis ich die kaufen kann. Jetzt wird es spannend. Jetzt schreiben wir mit, also diese 363 Bilder schreiben wir jetzt von der Karte. Ich mache Rechtsklick auf die Plätze. Fertig. Los. Und ja, da wird es schon spannend. Denn ihr habt gesehen, die Sony-Karte, die war schon hart an den 425 MB pro Sekunde. Und bereits hier, obwohl ja die Karten angeben, dass sie mit 880 MB gelesen werden können, war ja hier drauf gestanden. Also hier Max Read Speed 880 MB. Frage ich mich, wer die jemals erreicht. Schafft die Karte hier gerade so ihre... Ja, jetzt klettert sie hoch. Okay, okay, okay. Aber die Zeit läuft, ja. Also die andere Karte hat ja fast genau in einer Minute entleert. Interessant, ne? Die Pergear fängt langsamer an mit 390 MB. Und jetzt steigert sie sich erst auf das Maß, was die Sony erreicht hat. Kann aber vielleicht auch manchmal am PC liegen. Ich weiß es nicht. Also ihr seht, sie schafft jetzt tatsächlich auch die gleiche Geschwindigkeit. Hat mich jetzt erstaunt. Ich dachte, die macht echt mit 390 MB durch. Okay, Hut ab. Und jetzt ist sie auch gleich fertig. Ach, okay. Zwei Sekunden langsamer. Also wir merken, sie ist mal kurz auf 390 MB eingebrochen und dann auf 425 MB wieder hoch. Fazit. Was soll ich euch zu dieser Karte sagen? Es ist eine schnelle Speicherkarte für wenig Geld. Das kann man schon mal feststellen. Ob sie beim Schreiben an die Sony TUF hinkommt, die aber schon heiß genug wird bei der Sony A7 IV. Ich will gar nicht wissen, wie das jetzt bei der A1 gewesen wäre, wenn ich da eine Minute 50 Megapixel unkomprimiert draufgeschrieben hätte. Und wenn Sony 700 angibt, vielleicht schafft sie bloß 600. Und gibt es überhaupt eine Kamera, die 600 schreiben will? Von daher würde ich sagen, schaut es euch selber an. Braucht ihr so eine Karte, braucht ihr sie nicht? Braucht ihr den Kartenleser dazu? Alles habe ich euch unten in der Beschreibung mit einem 10% Rabattcode verlinkt. Und ja, ich hoffe, euch hat der kleine Test gefallen. Euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.